So Leute, wir sind noch immer in der Anlage und jetzt geht es weiter. Wir sind ungefähr dort, wie wir vorher waren. Schaut, dass man wieder genau rein rennt. Das schießt durch die Tür auch nicht schlecht. Was macht das, Andrea? Ah ja, Experte. Hui, da wird es ein bisschen knifflig. Okay, pass auf. Das könnte passen. Die Frage ist, ob das passt. Ja, das passt. Dann passt das auch. Okay, den ersten Ring haben wir. Das kann es nicht sein. Das auch nicht. Das auch nicht. Das kann es sein. Dann haben wir ein einzelnes. Okay, zack. Zack, so. Letzter Ring. Ähm. Die zwei wahrscheinlich. Schauen wir mal. Das heißt, wir müssen... Na. Das. Könnte das sein. Und... So das. Dann brauchen wir die komplett getrennt. Dann passen aber die zwei ja nicht mehr. Gehen wir das einmal hinein. Wir schauen mal mit dem aus. Ja, so. Passte. Zack. Ich bin beeindruckt. Ich würde das nicht hinkriegen. Wer hat's für dich drauf? Ist das irgendwie. Neu. Ich bin beeindruckt. Boa-Mau. Ach. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Was ist das? Okay, dann wird das dann da sein. A, B, C, D, Delgado Direktive. Das hat es beraten, freie Menschen, der Crimson Fleet. Und wir setzen ihren Egoismus und ihre Arroganz gegen sie ein. Wenn ihr alt genug seid, erinnert ihr euch noch an den Koloniekrieg. Diese Schwachköpfe sind für rein gar nichts gestorben. Sie haben überall Anlagen gebaut. Anlagen, die noch da sind, intakt und verlassen. Sie warten nur darauf, dass jemand sich dort niederlässt. Und dieser jemand ist die Crimson Fleet. Also los! Fühlt euch wie zu Hause und tragt den Kamm verdammt nochmal direkt zu ihnen! Was auch immer das Beowulf war. Ich hab's nämlich nicht gefunden. So, schlag ein Beowulf. Gewehr. So wenig nur? Okay. Kürzlich viel Schuss, aber für die. Wo könnte man denn die hingehen? Schau mal, wenn die Distanz wird, wahrscheinlich verlängert. Also vollautomatisch. Beowulf. Wo könnte man denn die hingehen? Auf sieben. Können wir einmal probieren. Sieben. Schaut geil aus. 3000 Schuss, okay. Also dass man so viel Schuss nehmen kann, finde ich einmal sehr geil. Weichern. Und jetzt schauen wir uns kurz einmal da um. Da unten waren wir noch nicht. Glaube ich halt. Da liegen aber ein paar. Nehmen wir mit, logischerweise. Weil sonst nix. Oh! Ah, leere Chunk Sparkum. Das ist ein gutes Ding. Da haben sie fast selber gesprengt, ne? Das überlebst du nicht. Zieh dich. Hm, das ist sehr geil. Ballistik. Ich habe eine Elkarnase. Mhm. Wir sind Deckers, Maelstrom. Das ist schon wieder vorne. Ja, Mündungsbremse hat ein verlängerter Lauf, okay. Okay, nimmst du mir wieder was ab, ein bisschen? Lass uns Ausrüstung tauschen. Ja. Wenn du etwas brauchst, bitte. Ja. So. Das Entdeckers, Maelstrom, bekommt sie. Das kriegt sie auch. Ich will noch einen Kraken. Das ist die kleine Wumme, ne? Sonst so viele Blödsinn haben wir gar nicht gekriegt. Fahren wir. Das kann sie haben. Das auch. War das alles? Ja. Gut. Das ist die. Da haben wir die drauf. Die kann man dann auch ver... Äh, da habe ich nicht für Schuss. Sieben. Da habe ich viele Schuss. Die lassen wir ausgerüstet. Lösungsmittel. Danke sehr. Da haben wir Staschenlamperlauf. Berserker. Eher und Hildenrods. Schrankseier verpackt. Erste Hilfe ist Lala. Oh. Adoptiver Rahmen und Credits. Helmständer öffnen. Manöbriert. Helm. Spacetron. Nein, das ist nix. Oh. Ein reaktives Messgerät. Credits. 197. Immerhin. Nicht so schlecht. Kale ist late. Ich finde es klasse, dass John und seine Leute in Urlaub haben ausfallen lassen, um diese Rampe für Kalein zu bauen. Der Ärmste. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich nicht laufen könnte. Wahrscheinlich rumsitzen und fett werden. Vielleicht würde sich sogar... würde sich also gar nicht mal so viel ändern. Komm auch wieder eine. Also wieder was zum Sperren. Hui. Lehrling. Okay, das sollte dann leichter sein. Ich bin schon wieder ein bisschen zu voreilig mit dem Klicken und dann machen wir was auf, was so ein Blödsinn ist und passt das her? Nein. Nein, siehst du, das wäre jetzt ein Blödsinn gewesen. Das heißt, das wäre gut. Passt das irgendwo? Nein. Oder? Doch. Da brauchen wir aber ein Einzelnes und ein Einzelnes haben wir nicht. Das ist nichts. Das würde passen. Dann muss das passen. Jawohl. Zack. Das habe ich jetzt gesagt. Das. Genau. Zack. Das und ein Zweier. Jawohl. Speichern, Leute. Ich bin ein bisschen speicherschleißig geworden, obwohl ich noch positronen Batterie und Altmetallwaffe. Sehr gut. Das wird alles sicher benötigt für irgendeinen Basenbau oder sonst was. Oh ja, da gibt es richtig schön Matz und kalibierte Grendel. Können Sie sich grendeln? Fahre ich nicht. Das ist nichts. Die René-Tau über Ladnummer dumm. Das ist ja, ich sage mal, Brauchen wir nicht. Kann man da irgendwo was betätigen? Nein. So. Jetzt haben wir uns da genau umgeschaut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ein paar werden von euch sicher aufstehen. Yes, das ist ein der Hostod in der Ecke nicht geschaut. Passiert, Leute. Birne und eine Karotte. Bin ich froh, dass ich die jetzt habe. den Single-Mold nehmen wir natürlich mit. Oh, Büroschlüssel. Dankeschön. Da müssen wir dann noch rauf, gell? Dürfen wir nicht vergessen. Also zum Sehen gibt es da ein bisschen was, ne? Da geht es auch eine, da geht es auch eine. Große Anlage und wieder ein Safe. Lehrling und Munitionskoffer. Haben wir da schon reingeschaut? Rinder. Digi-Dietrich, Lehrling. Das wird es nicht. Das könnte es sein, da brauchen wir aber einen Dreier. Und zwar das würde passen und dieses. Das ist es nicht. Das wird das. Hier. Zack. Und das. Reddits und ein Medipack. Dankeschön. Warum wurde da wohl abgeschlossen? Das ist äußerst interessant. Das darfst du mich aber nicht fragen. Jetzt haben wir alle schon geplündert. Da waren wir ja schon herin. So. Toxin. Algen-Snack. Den nehmen wir uns natürlich mit. Was zum Snacken haben. Was sagst du dazu? Speichern. Da war eine schon. Oh, Medipack. Dankeschön. Stiftet wie. Nix. Und der kühlte Magnet. Taueregel Widerstand. Nehmen wir auch mit. Jawohl. Muni und Muni. Und Laser Kartusche. Das ist auch sehr nett. Wir haben wieder guten Loot. Da geht's auch noch einen. Na, grüß Gott. Speichern. Da ist der nächste Safe. Na, bumm. Wir werden mit dem Safe-Knacken nicht fertig. Aber das ist alles gut. Denn wir brauchen das F hier zum skillen. So. Speichern. Kicken wir mal. Das könnte hier sein. Dann müsste das aber das sein. Jawohl. Zack. und zack. Zack. gegenüber. Zack. Sehr gut. 426 und schwere lose Aufhängung. Alter, die schaut ja mal geil aus. Wurscht, ob es jetzt sinnvoll war oder nicht. Aussehen tut es äußerst geil, muss ich sagen. Nehmen wir uns natürlich mit, wenn die kaum mehr viel was brauchen. Spächerin. Was? Appelativ. Kalibriert. Anzug. Zack, 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 zack. Aminosaurien. Waffenwerkbank. Die brauchen wir jetzt nicht. Predates und Dichtmittel nehmen wir natürlich mit. So, jetzt haben wir auf der Ebene alles gelootet. Da drüben waren wir auch drin. Ja. So, dann können wir jetzt endlich rauf gehen, nachdem wir da 25 Räume und Türen aufgemacht haben und reingeschaut haben. jetzt geht's endlich da oben weiter. Also, diese Anlagen loot technisch und was wir da nicht alles finden und tun kann, ist ja nicht schlecht, muss ich sagen. Genau, da sind wir gestirbt in der folgenden Folge. Jetzt kann wir da gehen oder da gehen. Wir schauen zuerst einmal da hinunter. und da ist eh nix gut. War ja ein Sackgasserl. Aha. Ah, das war's. Wunderschön. Da waren wir drin. Jetzt müssen wir ja eigentlich auch da hinaus kommen. Leichter Telgenzünder. Waffenkopf. Aber. Ja. Jetzt können wir das ja aufmachen. Wir öffnen nur mit Eingangsschlüssel. Wir haben doch einen Schlüssel gehabt. Aber wurscht. Dann müssen wir halt wieder von da gehen. geht geht ja auch. Siehst du, da geht's noch weiter auf. Verlass eine Spieler bar. Speichern. Kommen wir da jetzt frei? Sind wir da irgendwo oben? Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert. Da ist sonst nix. Da schauen wir gleich rauf. Die können die Grendel können sie sich halten. Razorleaf. Was haben wir da? Die Brick und Gartball Rucksack. 2280. Her damit. Her damit. Und her damit. Fahrmer kit. Dankeschön. Das Klebeband lassen wir da. Da gibt's so einen guten Sushi-Happen. Einfach mal Sushi-Verknuspern auf dem Planeten. Red Sushi-Rollen. Da waren aber ein paar Sushi-Fans von diesen Piraten da. Jetzt sind wir ganz oben. Credits. 254. Dankeschön. Und was zum Schnapern. Warschernprojekte benötigen weniger Ressourcen für 10 Minuten. Dunkel ist lagern. Lassen wir da. Das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Waffenkoffer. Mit einer Rekrängel dabei. Ausschauen tut's ja geil. Gibt's ja gar nix. Aber reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Vielleicht wenn das supertoll aufgemotzt ist. Vielleicht ist das eine geile Wumme. Macht mich jetzt nicht so nervös das Ding. Da haben wir uns ja alles angeschaut. Juhuuu. Da kannst du also wenn es geschickt ausstößt und die Gravitation beim Planeten nicht so hoch ist. Kommst du ziemlich weit. Ja ich trage zu viel und rein so viel und das nützen wir gleich aber aus weil wie gesagt ihr wisst das 20 Mal muss man das machen dass man überhaupt einmal einen zweiten Punkt 6 Fitness 10 von 20 haben wir erst. Gilt das eigentlich wenn wir jetzt das so wahrscheinlich nicht ne war sonst wahrscheinlich zu einfach ne Captain hallo ich stelle berurcht fest dass sie ihren jüngsten schlafzyklus überlebt haben lol ok sind es noch immer 10 ne ja also man muss wirklich komplett voll sein Gesundheit was ist das B Status extreme umgebungskälte Achtung Umzug Anzug Schutz aufgebraucht Achtung Anzug Schutz aufgebraucht Selbstbewusstsein aufgebraucht na gut fresco ja Captain indem du ein bisschen etwas von meiner Ausrüstung nimmst Coachman wir verwenden die eigentlich gar nicht obwohl wir einige schossen ich gehe eher mal in Lichtbogen Schweißer dann die die taugt mir eigentlich die ist hat eine schnelle Mumme aber da haben wir physisch 6 und die hat 27 wenig Schuss machen wir schon wieder etwas mehr hier oh genau die verwenden wir ja gerade das heißt im Prinzip könnten wir das Messer geben wir haben die Maelstrom geben wir haben die lassen wir bei uns Hellas Kata ist sowieso jetzt unsere Persona 14 die war gar nicht so wieder das kriegt er Applativ das bekommt er das bekommt er schaut finde ich gar nicht so schlecht aus das wenn wir mit Luft passiert da hat wir einen Hut auch noch auf aber den fahren wir nicht drüber ok Masse sind wir noch immer ein bisschen ich ich nehme ihnen ja die 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 skulptur kriegt er auf wiedersehen auf wiedersehen danke dir riser riser ja schau ist der heller auch schaut aus servus alter leise leise sind wir nicht ach guck wen haben wir denn da was suchen wir was passendes für dich hast da was interessantes für mich heller ach ja stimmt fast vergessen nickel hinzugefügt schön also das schief ist auch voll ne gut wir werden da oben heben wel es geht weiter mit hell hat überlebt allerdings wurde barrett erneut von den crimson flit angefangen genommen ich muss ihn finden ja nur wir müssen verkaufen die frage leute was wir da also dann checken welches quest war das besuche ralmes haus spüren kommand dann sprich mit sergent yumi außenposten den ebola 1a wir waren da glaube ich auf b erst kontakt sprich mit chief suki jama das leerenest mit sam joe die stiefeln genau so haben wir auch immer gar keine atmosphäre aktivitäten besuche ralmes aus was was denn das was wir gehabt haben für lea kessler ich muss den ast von lea kessler beschaffen das war dieser planet gell dieser akilla planet aber wir müssen halt verkaufen auch jetzt in der zwischenzeit wieder einmal überlege ich gerade wie wir das machen vielleicht wechselspannung das ist was fertig ist wir werden das machen leute vielleicht muss ich bevor wir weiter machen muss ich vielleicht ich will es gar nicht hören verkaufen weil wir sind so dermaßen übertrieben voll mit allem und hat es sogar das schief schon mittlerweile dass man jetzt da schon langsam Platz brauchen und wenn wir wieder hinfliegen wo wir wieder nur looten 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 dann wird alles aus den netten platz so leute es geht weiter so gut wie möglich verkauft sachen los wurden wir sollten jetzt flugbereit sein aber es gibt noch was zum herzeigen und zwar ich werde es es dann auch sehen beim abheben aber unser Schiffs inventar also prachtplatz war ja schon voll daher erstens habe ich dem Schiff eine neue farbe gegönnt so schwarz rot und weiß so ein grau ton und was neu dazu gekommen ist dieser teil da oben das war ja da hinten drauf dieser teil da oben deswegen den mit die stangen weil der ist einfach ein kosmetischer teil und der hat nicht so viel masse aber was neues hier und hier fracht container das heißt unsere fracht kapazität 910 das ist sehr geil liebe leute sind knappe 500 fracht masse dazugekommen schief ist natürlich jetzt eine kleine spure schwer ist er haltet sich aber halbwegs in grenzen ja sollte eigentlich passen und somit werden wir jetzt weiter fliegen und den lieben barrett suchen nach basel 1 oder wo wir hin müssen aber wir werden das gleich sehen schauen wir das raumschief erlaut wie das ausschaut wenn es abhebt schon schön oder schwarz rot hat was die kombi oh ja die gefällt mir sehr gut ich sehe es zum ersten mal da wird mir schon ein bisschen euphorisch sein finde ich auch cool dass wir das einbaut haben dass man sich anpassen kann wie an das raumschiff gefällt finde ich sehr gut dass das so gemacht haben sehr richtig das heißt mission und energie na sehr schön einbaut davon kriege ich nie genug ja takt mir auch hast du sehr recht bessel 3 nicht eins handel habe heute einen strengen zeitplan also bitte kein unnötiges falschen ein teil meiner fracht bräuchte ein neues zu hause was hat die okay so was das war's na danke das kannst du auch halten danke wieder schauen opala zur karte da ist es geplünderte erforschungsposten rette parrott was wollen wir jetzt machen landen landeanflug alles im grünen bereich und hinten die zwei ballerl da das ist unser treibstoff die kann man leider nicht färben kann man schon aber das sieht man kaum ich wollte das schiff anfänglich noch größer machen aber da war das dann mit größeren kabinen alles gut mit größeren kabinen das ist aber nicht gegangen da hat er gesagt massiv zu schwer und was ich was alles und träge und ja geht nicht da müssen wir wahrscheinlich in diesen skill höher sein schiffsbau und das ganze du kommst du mit ne kommst du mit kommst du mit ähm war das dann alles naja ich wollte da nur schauen ob du aktiv bist tack rufen wir raus der vesco wird sich ja schon vor einem raumschiff warten und die gegend sichern servus lieber vesco hi captain na sag es extreme umgebungskälte planetenzustand schön jetzt seht ihr das einmal von außen so schön auch in den schwarz-rot oder mit dem grau weiß-grau ton also mir gefällt das was er so so richtung so messing farben leicht sein grün schimmer das gefällt mir so besser wenn wir mal speichern leute bevor man da vielleicht da so hat keine schwarz der wieschmür war recht gut ha sogar von da oben schießt einer Theater Hola Ja wenn ihr nicht aufpasst, stehe ich gleich Ich hätte von da oben geschossen bitte Leute wir müssen den zuerst raus löschen Der ist ja auch Wahnsinn Komm mit Andrea Eli Jungen Was haben wir da? Aluminium Jetzt haben wir ja unseren eigenen Scanner Den vom Heller Ich schießen den auch immer Ich denke es ist nicht der andere ja ist noch gut Wo ist der wirklich? Wo ist der wirklich? Ich weiß não Ich kann das nicht mehr Ich muss den ganzen Tag Dasen Ich habe beide Ein ganzes Ich bin ganzes Ich bin ganzes Da ist er. Wird fast nicht auf der Laser-Label. Was ist hier? Ah, meine Ohren brennen! Kannst die Ohren brennen? Na, da werden da diese Brandmune. Ah, meine Ohren, was haben wir denn sonst für Wumme? Die ist eigentlich gut. Die mag ich meinen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Die könnten wir ja gleich einmal nehmen. Da haben die alle Brandmune. Ist das jetzt zu mir gesagt? Was weiß? Was weiß ich? Was weiß ich? Also mit dem Brennen ist äußerst mühsam muss ich sagen. Was hält der aus? Geht, dass mir die anderen dann in meinen Schuhs reinrennt. Jetzt ein Brandwiderstand. Haben wir sowas? Schauen wir mal sonstiges. Hilfe! Hilfe! Wir sind da um Energie-Schadensresistenz. Alien-Rühe, hauen wir uns jetzt eines an. Und nochmal sowas. Und nochmal Spächer am Leipte. Und nochmal Spächer am Leipte. Alles da hat's einem gescheit zusammengepattelt. So, da ist noch einer. Dein Kopf gehört mir! Zeig was du kannst! Weg dich alle in Kürbappen. Zeit wie sie verraten. Im Morvan zu lassen war. D Heroes Sieg rauskam auf. Wir haben hier die Musik verraten. Onze Kürbappen ist ein Ger onegin beim Schlangen. Weg noch das Traumseitig machen? Schönen wir teilen, ja. Was ist das? Ich bin hier raus! Keine Gnade! Richtig. Ich hab's ja gleich Ballern angefangen. Also keine Gnade, so die liegt da unten. Jetzt hast du mal Happy Looting. Das Stofftür können sie sich jetzt kreiden, das interessiert mich nicht. Leere Verpackung nehmen wir sicher nicht mit. Nikolaus, was auch immer. Also nur ein Buch, okay, das interessiert mich nicht wirklich. Zigarettenpackung, das ist viel wert, das nehmen wir mit. Dann hoppen wir gleich mal da, weh? Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Das ist ja richtig. Man weiß es nie. Müssen wir kurz einmal Gucke-Lucke machen, dass wir da niemanden vergessen. von dem Empfangskomitee. Was ist uns da so freudig... Oh! Autsch! Ein bisschen später reagiert, gell? Ich weiß sie. Sehr gut. Fragst du dich je, ob es die Crimson Fleet gäbe, wenn die United Colonies eine andere Methode für den Umgang mit Gefangenen gewählt hätten? Nein. Alibiert. Kraken. Also das ist so eine kleine Brettl-Maschine. Hätte was wir auch haben. Brösel. Eine Schiebeleere, gell? Kredits. Helm-Tiefensucher. Nehmen wir mit, weil da ist viel wert. Gut. Woher schauen wir uns da mal ganz genau um? Herde Pilz. Dose. Her damit. Flat. Und einen Digi-Dietrich. Dankeschön. Da müssen wir danach reinschauen. Was haben wir da schön? Es ist ein utopisches Kühlmittel und einen adaptiven Rahmen. Das nehmen wir mit. Was ist da schönes drin? Ah, da ist ein Roboter drin. Wunderbar. Da sind wir hergekommen. Da waren wir noch nicht drinnen, oder? Metabolikum. Das nehmen wir natürlich mit. Was ist da ohne Batterie? So. Gehen wir noch da rauf. Weil die Leute looten wir natürlich schon. Die Crimson Fleet macht oft keine Gefangenen und zeigt keine Gnade. Also sollten wir das auch nicht tun. Ja, haben wir ja. Das Technikers kalibriert. Anzug irgendwas. Schön. Für Wert sowas ist immer gut. Anzug behalten. Sehr gut. Helm. Gabi. Und offen. Brauchen wir nicht. Was haben wir da schönes? Credits. Nürnberg. Oh. Computer. Entsperren Leerling. Kleines Speichererl vorher. Weil ich weiß, wie wir ihn ausstellen. Das kann es auch nicht sein. Das ist mit Sicherheit nicht. Das schaut wahrscheinlich gut aus. Oder auch nicht. Doch. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Patsch. Und dann dieses. Zack. Was haben wir dann da? Genau. Dann wird das das sein. Und das, ne? Starbair. Geschützsteuerung. Status kein Signal, ne? Klar. Weil wir es gehackt haben. Weil wir es weggeschossen haben. So. Patronen. Räucherlachsfilet. Und. Eine. Laserkartusche. Einmal Anzug. Werkbank. Da wollen wir auch nicht um. Mit meiner ummechampen. Geil. Einfach mal hinüberschweben. Spastaker. Rucksack. So. Haben wir da schon einen unterkühlt. Magnet. Hört er mit. Leiterplatte. Schreibtisch. Lautsprecher. Wohl. So schwer. Nehmen wir jetzt nicht mit, oder? Den Scheiß mitnehmen. Ist auch nichts. Obwohl ich am liebsten tätig sein soll. Und wenn ich unendlich ist. Inventar. Sobald es ein Mod gibt. Dass man sich das Inventar ein bisschen aufbetten kann. Leute. Dann wird das passieren. Könnt ihr strampeln, was ihr wollt? Schauen wir gleich einmal. Die ist ja auch nicht so zufrieder. Kann man bei der irgendwas machen. Haben wir schon den Faktor. Verlängerten. Lauf drauf. Optik ist was drauf. Mündung ist was drauf. Griff. Kolben. Praktischer Griff. Der die Stablettern und das Visier zielen und Nachladetemper erhöht. Okay. Das sieht wahrscheinlich bei so einer nicht wirklich aus. Der Hose erhöht. Standard Handgriff. Der die Stabilität und Rückschlusskontrolle erhöht. Das ist natürlich nicht schlecht. Der ist installiert. Upsala. Verschluss. Vollautomate. Ich verstehe, dass mein Betännisabzug das Dauerfall auslöst. Skin. Kann nichts machen. Muss man wahrscheinlich auch erst lernen. Bei so einem Cut-Digel was machen. Marksman. Die Rückschlusskontrolle hat kostenlos. Wie sieht es, die Tempo sind immer warm. Okay. Wenn du dich bewegst. An der Serienversion ist immer was nicht ganz richtig, oder? Hm? Schalldämpfer. Die Präzision hat das Visiertemper erhöht. Die Veränderung ist drauf. Magazin und Batterie. Standard. Huh, wo er da? Und jetzt sind die Beobachterkontakte explodiert. Explosive Geschosse. Holla der Waldferder. Großes Magazin. Das hört sich ja äußerst geil an, muss ich sagen. Panzerbrechende. Kann aufgrund der versteckten Hülle. Eben selbst die stabilste Panzer durchdringen. Könnten wir auch machen. Klebstoff haben wir einen. Wolfram. Blei. Was ist jetzt installiert? Praktisch. Panzerbrechende. Dämoni. Was hört man da? Wieso kann ich das nicht herstellen? Na gut. Geht halt nicht. Und dann. Verschluss. Halbautomatisch finde ich schon gut. Weil da kannst du wesentlich schöner schneipern wollte ich schon sagen. So lassen wir das jetzt da. Ich nerf euch da jetzt mit dem Presser. So. Ja. Man darf nichts nützliches zurücklassen. Sehr richtig. Du hast es wieder mal auf den Punkt gebracht. Wohin das andere Geschiss. Wohin das andere Geschiss. Die können wir auch noch looten. Das ist ja überhaupt das Beste. Da oben. Schaut jetzt. Da können wir auch was nehmen. Sehr geil. Also. Das heißt man kann sogar die Dinger da auslegen. So. Aber jetzt. Bevor wir da reingehen und schauen was mit dem Barret los ist. Leute. Werden wir da eine Pause machen. Weil sonst wird das wieder massive Überlänge. Ich sage danke fürs dabei sein. Ich freue mich schon selbst wie es weiter geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Baba. Tschüssi und Baba. Vielen Dank.